Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen hier wieder zurück zu Agent Orange, äh, Undercover, mit der Weise... Agent Orange? Also was denn? Der Jay. Wir haben viele Menschen auf diesem Planeten, sind deswegen gestorben. Das ist voll witzig, oder? Hast du dich schon so krass abgekrabbelt? Was denn? Das graue Strähn. Ich bin halt, ich muss ja mit Jay zusammenarbeiten, deswegen habe ich auch graue Strähn. Der Gewinner von letzter Runde, finde ich, sollte... Oh, ey, Seth macht das schon krass. Ich habe die ganze Zeit... Deswegen, ja. Ja, genau. Ich habe Seth damit trainiert, den DKA haben wir jetzt und so. Okay, ich nehme mal dieses Tütchen. Wir haben übrigens auch die Rollen und Rorte von dem letzten Mal wieder eingelischt, damit es halt, naja, ist halt so. Damit wir halt nicht so gutes Ausschlussverfahren leisten können. Ich frage... Jonathan. Bist du ein Tier? Ich glaube nicht. Kann man überhaupt ein Tier sein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass... Ich habe keine Ahnung. Auf Polizeistationen? Polizeibund? Vielleicht gibt es sowas. Ich glaube ja nicht. Weiß ich nicht. Gibt es dir auch einen Zirkus? Ja, ein Zirkus gibt es auch. Ja, ein Zirkuslösen. Du bist das Zirkuslösen. Okay. Vrammen? Mhm. Ich bin Kenti. Falls du mal nachfahren wolltest. Singst du gerne unter der Dusche? Nein. Gott. Nein, das auf keinen Fall. Aber, Sepp, magst du es, wenn Wolken über dir schweben? Vrammen? Nee, irgendwie nicht. Nee? Nee. Oh. Ich dachte, wieso stoppt der denn jetzt? Peter? Ja? Hast du Höhenangst? Ja. Okay. Guckt euch noch tief in den Augen. Du musst noch fragen. Ich weiß. Ich weiß. Jonathan? Mhm. Bist du ein Spastik? Bist du ein Spastik? Bist du ein Spastik? Was? Nein? Nicht mal, weil du mich siehst. Ich darf keine weiteren Fragen stellen. Keine weiteren Fragen, meine Herren. Ja. Okay. Dennis? Mhm. Schminkst du dich gerne? Mhm. Was? Was? Schminkst? Schminkst du dich gerne? Tu ich nicht. Aber, Sepp? Mhm. Hm? Magst du... Kunst? Ja. Okay. Warum darfst du denn jetzt so kacke? Na, Film? Na. Alles cool. Alles cool. Da muss man gar nicht antworten. Verdammt steht. Haha. Seppdach frei. Ähm. Peter? Ja. Hast du studiert? Ja. Okay. Okay. Bramel. Mhm. Hast du ein Dach über dem Kopf? Mhm. Nein, du bist auch dachlos. Was gibt's auch hier ohne Dach über dem Kopf? Mhm. Wenn du auch dachlos bist, zum Beispiel. Genau. Mach es doch einfach. Ja. Ja, soll ich das machen? Mach es. Ich will jetzt, ich möchte Abstand machen. Peter ist erst gegangen. Ich glaub auch. Ich glaub nur dich. Okay. Gut. Das war die letzte Gefragte. Du fragst bei's. Ich, ich darf fragen. Frag mich was. Ja, Jonathan. Ähm. Magst du... bunte Farben? Ich denk ja. Was hast du studiert, Peter? Ich tippe, wir sind in der Werkstatt. Nein. Boah. Okay. Das war die Frage. Ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, dass er... Also ich war wirklich noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, das hat mir noch nicht gereiht. Ich war mir nicht sicher, ob es einer von mir war. Die Frage, die finde ich... Und das ist so eine generelle Sache, die ich halt super krass finde. Ähm. Wo ich... Das er gerade eben erwachte, ist... Leute, die schwierig zu erfahren, irgendwie mehr nach Ortsangaben. Und du halt so... Jo, hast du eigentlich ein Dachung am Kopf? Jo, magst du eigentlich Wasser? Und so, weißt du? Ja. Nur so, du hast halt nicht einmal in den Beruf reingefragt. So halt immer nur so erstmal... Ja wirklich nur. Und dann sag ich so... Wo sind wir eigentlich? Und das... Ihr habt aber auch, muss ich dazu sagen, Ihr habt nicht gut verraten, wo ihr seid. Ja. Ich bin nicht mal ansatzweise... Ein paar Sachen waren halt so voll out of topic. Ja, so... Das war ganz so... Die Wolken, die über dir schweben. Weil ich bin ja Bühnenarbeiter. Und den haben wir dann besorgt. Ich bin... Ich bin ein Beruf, den ich nicht kenne. Was bist du denn? Ich bin Souffleur. Was ist denn Souffleur? Weil die Leute nicht wissen, was sie sagen. Bestehst du Leute? Ach, das ist ein Souffleur. Genau, der sagt vor... Ich hab keine Ahnung, was ein Souffleur ist. Scheiße, was findest du? Du sagst mir als Schauspieler, sagst du, was ich denn weiß. Aha. Ja, okay. Wusste ich nicht. Weißt du, so... Ja, okay. Bist du ein Tier? Nein. Okay, dann schreib ich mal auf. Zwei Punkte für alle, außer für dich. Und dir? Ja. Okay. Ich fang an. Bastian? Ja. Magst du schöne Muster? Ja. 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 Ha! Okay. Jonathan. Bist du gerne draußen? Nein. Nein. Okay. Brammen, hast du ein naturwissenschaftliches Studium absolviert? Ja. 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 Bist du gerne drin? Ja. 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 Ich möchte eine Abstimmung einleiten. Okay. Brammen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Fuck. Ich war Militärarzt und hab dem auch ein naturwissenschaftliches Studium absolviert. Nein! Oh! Ich dachte nämlich... Ich hab mir gedacht, das könnte eine Fake-Frage von ihm sein. Äh, das könnte eine Fake-Antwort von ihm sein. Weil ehrlich, ich hab halt ein naturwissenschaftliches Studium absolviert. Das ist aber genau die richtige Antwort. Warum fragst du denn nach dem Scheiß-Ding, ey? Weil ich Brams-Frage total geil fand. Wieso fragst du nach dem Führerschein mit mehr als nur Auto? Ja! Weil ich mir schon gedacht hab, warum sollte er mich nach dem Führerschein fragen? Warum? Da kann ich in jedem Ding, in jedem Ding kann ich Ja antworten. Außer es ist was zusätzliches. In jedem Teil. Wo hätte ich denn Nein gesagt? Wo kann ich denn die Autoschiff? Da kann ich... Wenn ich auf dem Piratenschiff bin, als ob die ganzen Piraten in Somalia keinen Autos... Okay, die brauchen keinen Führerschein in Somalia. Aber ich kann in jedem Beruf, kann ich einen Autoführerschein theoretisch haben. Schule vielleicht nicht, wenn ich Schulkind bin. Da kann ich Nein sagen. Aber wenn du einen hast, dann war die Frage doch super allgemein. Und der Mann hat dem gar keinen Hinweis eigentlich gegeben. Doch, aber du hast halt gefragt. Doch, er hat mir den Hinweis gegeben, dass du gefragt hast. Damit war ich ziemlich sicher, dass es darum geht, den Führerschein herauszufinden, dass es was mehr sein muss. Also, beispielsweise... Dann hat er gut aufgefasst. Und dann habe ich mich gefragt, ob er das auch so ist. Und als er Ja gesagt hat, war er mir schon super klar. Okay, das muss ein von denen vielleicht fällt drauf. Vielleicht fällt auch... Keine Ahnung. Das ist nicht so eine Lasse, die das Ding gibt, oder? Was? Das weiß ich nicht. Das denkt halt auch keiner. Ich war ein Deserteur. Das ist ja auch ein Krass. Das war natürlich auch... Ich habe mich geblüht. 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 Das war so. Mal unsere Hashtute. Das ist eigentlich cool. Weißt du? Wir schicken die Sachen so über die Grenzen. Okay? Wir schicken die Sachen so über die Grenzen. Wir schicken die Sachen so über die Grenzen. Dazwischen sind immer so Plättchen von LSD oder so ein Scheiß. Wir können die doch mit reinmischen, einfach. Ah ja, das stimmt. Ich weiß nicht mehr, welcher das ist. Was war es denn, was du gehabt hast? Weiß ich nicht. Ich habe es auch bekommen. Ich habe es nur so kurz runtergekommen. Weil ja ein Dunkler ist. Let's Zone? Könnte sein. Weiß ich echt nicht. Boah, damit habe ich auch als Geheimagent wenigstens mal geworden. Das ist eigentlich ein ganz witziges Game. Vor allem, wenn man später dann auch noch wüsste, wer was ist. Ja. Bram? Ja. Hast du ein militärisches, ach, ein militärisches, ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen? Ja. Ja. Cool. Haben wir. Peter? Ja. Hast du eine naturwissenschaftliche Ausbildung abgeschlossen? Ja. Nein. Okay. Gibt es unterschiedliche Studium? Ja, natürlich. Gibt es ein Unterschied zwischen Studium und Ausbildung? Nein. Nein, nein, nein. Keine Unterschiede. Das ist so eine Ausbildung und eine Ausbildungsmöglichkeit ist das Studium. Da ist ein drunter. Das ist mir kann alles möglich sein. Ja. Wenn ich gerade auf Jay was frage. Soll ich mich da was? Bleiben direkt. Sepp. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Blame ihn jetzt. Stimmeln ja. Du kannst auch blamen. Ach ja. Stimmel. Stimmel. Ich möchte in der Abstimmung einrufen. Ich sage Sepp. Really? Ja. Really. Okay. Ich guck erstmal was er sagt. Wie kommst du da drauf? Warte mal. Oh. Ja. 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 Da haben wir die Zeit schon mal. Pass auf Jonas. Darf man das jetzt überhaupt? Darf ich jetzt überhaupt fragen? Wissen, warum ihr da drauf gekommen seid? Da steht ja nur drin, man sollte nicht diskutieren mit der Studium. Nicht zu viele Möglichkeiten zu geben. Genau. Nicht zu viele Informationen. Genau. Deswegen sage ich dir auch direkt. Wenn ich dir das erkläre, dann gibt es nur die Möglichkeiten mit Ja oder Nein zu stimmen. Und wenn der Nein stimmt, weiß der andere aber ein 200%. Ich sage. Ich würde nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich die halt groß und breit erklären soll. Das ist einfach anhand der Fragen, die wir halt hatten. Aber die Frage stellt er immer. Ja. Das stimmt. Das ist schon ein hartes Game. Das ist echt hartes Game. Vor allem ist es noch die letzte Runde und ich habe nur Punkte. Vor allem einer von euch ist der Spion. Glaubst du? Weiß ich. Nein. Okay, dann ist egal was ich sagen. Lass mich mit, aber trotzdem deine Abstimmung gerne wissen. Obwohl das ist alles scheißegal. Das ist eigentlich kacke. So das erwartet. Ich hätte auch Richtung Nein tendiert, muss ich zugeben. Zu gefährlich. Ja. Ich habe ja schon 6 Punkte. Mach mal die Zeit da. Ich bin dran mit dem. Ich kann direkt. Ähh. 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 Was ist mit Maschinen zu tun? Ja. Sebastian ist da. Man kann immer noch Blame übrigens. Ja. Was? Ich fand das jetzt. Ich fand das jetzt nicht mehr. Du hast es nicht mehr Blame. Du hast aber Blame. Du tust so als wenn das jetzt safe wäre. Ich würd nochmal Blame. Jonathan. Ich würde jetzt jede Runde flippen. Ja. Ja. Herr Lenzen. Nur wenn ich sie so nennen darf bei ihrem Beruf. Arbeitest du auch nachts? Da klingelt jemand. Jay überlegt immer noch. Wir stellen einfach nochmal die Frage. Kurz für die Aufnahme. Das habe ich Sinn. Ähm. Arbeitest du auch nachts? Okay. In der Regel nicht. Okay. Dann lange drüber nachdenken. Ja. Ja. Da konnte ich lange drüber nachdenken. Aber ich hätte auch nicht lange gebraucht. Obwohl. Ich musste. Ich musste abwägen tatsächlich. Okay. Musste ich zugeben. Ja. 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 Nun. Arbeitest du mit jüngeren Menschen zusammen? Ja. Okay. Den bist du mit. Ja. Ja. Okay. Ja. Dann komm die beste Frage wieder raus. 15.24 Uhr, das kann ich so beschädigen. Jonathan, brauchst du spezielles Handwerkliches Geschick? Nicht zwangsläufig. Hast du mich überzeugt? Ja? Ja. Ich möchte eine Abstimmung einleiten. Okay. Jonathan. Was bestimmst du jetzt aber? Weil wir haben vorher schon wieder Kontakt gehabt. Achso, wenn wir nicht draußen waren. Jonathan hat gerade auf seine Ortskarte mehr als drei Sekunden geguckt. So will ich die ganze Zeit machen. Und das hab ich jetzt aber erst gesehen. Ich stimme für ja. Ich stimme dagegen. Und das will ich auf dir raten. Aber wie du möchtest. Weil ich hab eh gewonnen. Also wenn er der Agent ist, dann würde er ja eh gewinnen. Ich sag nur, ich möchte nur an den Militärarzt. Weil er ja eh gewinnt. Ich möchte nur an den Militärarzt. Oh. Also wenn du Agent bist. Stimmst du jetzt ja. Falls meine Antworten... Dann würde ich logischerweise jetzt ohne zu zögern mit ja stimmen. Falls dir meine Antworten nicht gefallen haben. Aber da er nicht mit ja stimmt, Peter. Ist er kein Agent. Das ist korrekt. Das hab ich davon ausgerettet. Davon werde ich auch nie ausgegangen. Ein Agent ist. Nee, aber... Keine Ahnung. Weil du gerade so gesagt hast. Dann haben wir ja verloren. Aber... Sonst hätte er ja schon den Grafischkeit. Keine Ahnung. Aber du kannst ja jetzt sein. Hä? Ja. Tja. Ja natürlich. Das hätte ich auch vorhin schon bekommen. Ein Problem mit wir jetzt haben ist. Entweder ziehe ich uns jetzt alle in die Kacke. Und dann bin ich zumindest mit zweiter. Wow. Oder... Ich sag halt nein. Weil ich das eigentlich nicht glaube. Du hast gerade gesagt, dich hätte ich nicht überzeugt. Ja. Eigentlich schon. Aber wenn du die Abstimmung gemacht hättest, dann ja. Aber Sepp hat die gemacht. Ja. Und dann frage ich mich gerade halt so, warum hat Sepp die jetzt gemacht? Weil ich mit Peter mir einig war. Ja. Weil wir beide... Nee. Weil Peter hat bei meiner Frage mich angeguckt und hat schon gedacht so, hm? Und dann wusste ich, dass Peter es nicht ist. Und dann hat Peter Jay noch was Gutes gefragt. Und dann hat er wieder geguckt. Weil wir beide uns einig waren. Ist auch klar. Jay hat so lange auf seine Karte gekommen. Sie! Ja du bist trotzdem fertig. Ja du bist trotzdem fertig. Okay. Universitätsseite... Lass mich kurz überlegen. Er hat ein naturwissenschaftliches Studium gemacht. Das heißt Bank nicht, Botschaft nicht, Casino nicht, Dampflokomotik nicht. Firmenfeier? Nee denke ich auch nicht. Flugzeug, Hotel nicht. Krankenhaus hättet ihr sein können. Dann hättet ihr äh... Piratenstation. Äh... Universität noch sein können. Polarstation. Weltraum... Äh Polarstation. Polarstation oder Weltraumstation. Mhm. So und als ich gefragt hab, arbeitest du mit Jüngeren zusammen? War für mich die Universität raus. Und dann war auch... Das sind für dich Jüngere? Ja er könnte auch ein Student sein. Ja er könnte ja auch ein Student sein. Ja da hab ich einfach mal gehofft, dass er gerade nicht von den sieben Karten Studenten kriegt. Aber das ist voll krass. Wenn ich Dozent gewesen wäre und du jetzt gerade arbeitest du mit Jüngeren zusammen, hätte ich gesagt nein. Hätte ich auch nein gesagt. Weil das halt alles Erwachsene sind. Ja genau. Weil ich war halt bei wirklich... Bei Jüngeren sind für mich... Okay. Für mich ist ein Dozent auch deutlich älter in der Regel als... Mein Dozent war nicht nur 20 damals. Ich hab zwar so mit Jüngeren zusammen. Also man selber ist Jünger. Ja genau. Das ist schon ein bisschen ausüglicher. Ja ich hatte auch Dozenten die Gleichheit richtig sind. Ich fragte ja auch in der Regel. Und da würde ich sagen in der Regel sind Professoren älter. Ist bei jeder Frage ja individuell. Gut. Aber denn letztendlich kann es eigentlich dann nur vielleicht die Polarstation sein. Krankenhaus. Ich war die Krankenschwester. Ich war der Pfleger. Was mich zu diesem overrusheden Ding begleitet hat war als J auf die Karte guckte. Und da hat er gut gespielt. Da hat er nämlich gegrinst. Weil wir die schon mal hatten. Und hat mich dann halt gefragt so ob ich dann Militär... Und dann auch noch das mit dem Versprechen. Und dann so ja ob ich dann die naturwissenschaftliche Ausbildung hätte weil die halt einfach passen würde zu der Karte. Und dann dachte ich mir cool dann hab ich dich gefragt. Da hab ich dann auch extra auf Ausbildung gegangen. Weil ich dachte... Das war gut weil ich Pfleger war. Genau. Da dachte mir wenn ich schon Internist bin... Wenn ich Internist bin... Dann gibt es ja nicht noch einen Arzt. Genau dann gibt es ja nicht noch einen Arzt. Weil es gibt ja noch die Krankenschwester und den Pfleger. Na ja... Der Oberarzt wird es wahrscheinlich noch geben... Nämlich in unsere Kartenreihe. 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 Aber wir haben die Karten eigentlich geändert. Das stimmt. Daran hab ich halt gedacht. Du musst halt ne Ausbildung gehabt haben in dem Fall. Stimmt. Piet ein Punkt. Und Brammen drei Punkte. Sepp vier. Jay sechs. Und... Dankeschön. Wieso gab ich das jetzt für die letzte Runde bei uns einen Punkt? Hast du dann wieder einen? Ja doch. Du kriegst einen Punkt. Du kriegst einen Punkt. Er kriegt zwei Punkte. Deswegen sagst du... Du hättest fragen müssen. Ja egal. Deswegen. Ich hatte ihr verloren. Wenn wir jetzt abstimmen können... Dann wärst du gleich... Ne wärst du nicht. Nämlich. Du hast verloren. So. Sehr traurig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Von uns.